Hallo ihr kleinen Sachertörtchen, da sind wir wieder bei GTA 5 vor kurz vor dem Bankraub. Sachertörtchen, das ist ja köstlich. Wegen Sacharzer. Sacharzer, Sacharzer. Oh Gott. Geh in die Bank. Schicker Hut. Jetzt bin ich gespannt. Nicht nur du. Everyone on the floor. Now. You and you. Out from behind the counter. That's it. Hands in the air. Em, keep an eye on our trusted employee. Okay. You got the crowd. Cops should be here soon, so keep an eye out. Doors ready to pop. Come kick an Em. Hä, Alter, jetzt wechseln hier und wechseln da ein. Dann wird ja auch nicht geschmeißt. Bämms. Und die Bullen sind schon da, krass. Not if I get to them first. Yeah. Ah! Stay back! We got hostages! Shit! Der hätte die umbringen müssen, das ist doch dämlich! Naja, auch nicht so geil. Wobei man hier echt nicht so viel Mitleid mit Menschen hat im Spiel mit virtuellen Lager. Warte, warte, ich verstehe nicht, ich höre gerade zu. No Rit! The Baller Procedure! You know, you're surrounded, so you ain't getting a ride to the airport! I don't care if they surrender. I'm killing me some bad guys. Now let the hostages go and uh, we'll talk like gentlemen. Time to face the music! Alter, krass Yeah, geil Jetzt hättest du dich auch vorher wegballern können Wenn du so vorgehst Geil Boah, wie die Karre nach hinten geschoben wird Acht Millionen Was ist das, die jungs? Links, 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 links Goff die Miniver Wooh! 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 Ja, die Minigun, du humorless prick! Wooh! 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 Ja! 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 Du musst hier weg Aber wohin? Wie? Karre? Oder was? Oder muss die erst alle töten? Ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt Nee, es geht Nimm deine Jungs mit Komm die mit? Bestimmt Ich hoffe doch sehr Ähm Trevor? Vielleicht kommst du zu dem Fluchtwagen Irgendwie Ich glaub, die nehmen grad Alter Die sind aber blaue Punkte Ach, da ist gar keiner mehr Links Die arme Säule Links ist noch rechts Keiniger Bimba Alter Schwede Lauf, 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 lauf Ich glaube nicht, dass es passieren wird Kannst du die Mini-Ger nicht nochmal nehmen? Warte, 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 warte Boah, Alter, Finne Vorsicht Alter, voll übertrieben Hör auf Ach du Kacke Hör auf Es ist zu schwer Wollte spielen, dad? Wir werden nicht spielen Hey, hey Wir sind hier Ruhig Aaaaah Fine Korrupt government, scumbag Ah shit The fucking army They paid off the military shit Go start a war Ofer Der 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 Die Wir müssen nós Wenn wir gehen, sie haben uns hinterher Könnte ich den Sie mit Franklin Sie Seher Ist T Wo sind die innen? Boah, Alter ey, ich bin... Voll übertrieben! Voll übertrieben einfach! Äh... Jetzt kommt der da mit dem Bagger, wegen der Geste. Willst du mich verarschen? Also da gegen... mit dem Panzer bringt aber auch nicht viel. Hau die weg! Willst du die weghauen? Achso, ja, wusste ich nicht! Scheiße! Taufe! Wegschaufeln! Ja, ja, Alter, das... Das Ding lässt sich steu... steu... steuern wie nen Haufen Scheiße! Boah! Ich denke, das ist ne Raupen! Ja, 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 ja! Willst du dich verarschen? Und ich krieg den Typen nicht? Alter, das Ding fährt wie nen Haufen Scheiße! Könntest du das nicht auf der Stelle drehen sogar? Nee! Oh, jetzt geh doch mal! Ey, das Ding ist mega scheiße, ganz ehrlich! Boah! Alter Schwede, ey! Links! Nicht, dass die da direkt ins Führerhäuschen schießen könnten oder so? Ich verstehe! Das ist doch voll bescheuert einfach! Nee! Aber dem Panzer bringt das auch nix! Nee! Wenn sie jemandem ne schnelle Karre holen sollen! Der gibt nicht zur Fabrik! Als würde der Panzer den nicht treffen! Ach, Blödsinn! Der kommt noch einer! Alter, na klar! Ich versuch' dich zum Warnsteig! Oh, entschuldigung! Wo kommst du denn her? Mann, 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 ey, da kommen wir gar nicht weiter. Okay. Alter Schwede, was für ein Raub. Hey, Frank, you good? I'll be cool when we out. I need cover. Ah, go away! How many dudes they got in this private arm? Team, come in. I'm trying to hold these guys. Where are you? We ducked into a chicken factory to get away from the tanks. Chicken factory? Oh, I see it. I'll try to head off anyway. Looks like they're going in. I told you, Chef was good, people. The key to running a business is surrounding yourself with talent. I feel like the right manager unlocked this potential. Come on, come on! F, how you doing? Oh, more army showing up! Wo sieht er die? Ich weiß, ich nie auch gerade. Aber ich blicke hier sowieso. Gespannt auf den Monitor. Oh, ach so. Der lebt noch. Machen wir ein bisschen ernst jetzt, wa? Spaß ist vorbei. Schon eine krasse Mission, die wir hier wegfallen lassen. Die halbe Army, Alter. Mit dem Zug. Jetzt auch noch mit dem Zug. Ach, du schaffst. Wer ist tot? Ja, aber der rechte ist noch. Brauchen wir einen Mundi? Ja, ja. Ich glaube, sie denken, dass es mehr als einer von mir ist. Sie ziehen ihn zurück. Okay. Hey, schau aus der Stadt und kenne Lester für Instruktion. Ich habe die Nachrichten. Du bist in Trevor Phillips, mein Freund. Chef, es ist ein Freak, Leute. Lass uns unseren Trennen. Ich komme nicht vom Ende des Wachstums. Ja, wir sind längst weg, der Schmuck. Alter. Wo sind die Panzer auf einmal hin? Vor allem, dass die einfach mit der Bahn entkommen und keiner die verfolgt. Echt? Na gut, aber was trotzdem geil, die Mission. Man darf da nicht zu viel drüber nachdenken, glaube ich, jetzt in dem Fall. Ist halt kein echter Bankraub, ne? Ist Action aber gewesen. Ist ja nur ein Spiel. Let's go. Yo. Easy, easy. I'm a friendly. Agent Sanchez. Our very own corrupt G-Man in training. You gotta be careful, buddy, alright? Because they are looking around these trains for illegals. And if you're mistaken, you'll be shot, amigo. Very amusing. If you expect an M2 to bring you up, you're gonna be disappointed, homie. Right back at you. Not the money? Everything we got. Okay. And here's your cut. Considering present scrutiny on public worker remuneration, this is a big win. Oh yeah, that's a huge fucking win. Woo! Monsters. I'm out. Agent Haynes will get in touch with you once Operation Save the World's Ago. Catch your crew together, okay? Fucking punk. Alright. We should probably split up. They're gonna be looking for a three. Oh, the blood we spill for the security of this country. Come on, Franklin. Man, I'll holler at you home. Hey. Fuck. Come on. See you, Val. Serious? Ja. Wow. Hey, Erfolg. Kleine Stadt, große Sache. Alter. Abgeschlossen. Silber. Immerhin. Frank ist Anteil. Lala. Anteil des FIB. 6,2 Millionen. Unverständlich. 5 Millionen da rausgeholt, boah. Aber 444.000, so ein klein Bündel, wundert mich auch ehrlich gesagt. Ja, gut, das stimmt natürlich. Eine halbe Million, naja, gut, eine halbe Million, da meckert man ja nicht. Nö, macht man auch nicht. Nee, also ganz ehrlich, da würde ich auch nicht, da würde ich auch sagen, ja, okay, eine halbe Million, ja, ja, na gut. Aber wenn ich dafür natürlich gerade die halbe Armee des Landes ausgeschaltet habe und dann auch ohne Sternchen weiterfahren, aber kaum klaust du ein Auto, dann ballern die Bullen auf dich. Auf jeden Fall. Aber das darfst du jetzt alleine machen, weil ich muss jetzt los. Ach ja, du musst jetzt, du musst jetzt wirklich los, ne? Ja, ich muss jetzt los, weil wir nehmen ja noch GTA Online auf und deswegen muss ich jetzt nach Hause pilgern. Stimmt ja, in der Kälte musst du nach Hause pilgern. Mindestens 20.000 Kilometer, Mittelpunkt der Erde und so. Stimmt ja, da willst du gar nicht sehen. Der Grund wohnt ja in Thailand. Ist aber schön hier, ne? Ja, ist echt schön. Internet zackt ein bisschen, deswegen kommt Minecraft immer später, aber sonst? Ja, ich schau ja immer gerne mal vorbei für ein Ründchen. Ja, na easy, ist ja easy. Auch mit deinem Privatjet und so. Und der kommt wirklich in Thailand? Klar, voll glaubwürdig. Dann verpasst du jetzt komplett, was dir mit Trevor passiert, wa? Zum Beispiel diesen tollen Tag-Nacht-Wechsel. Wow. Ja, wirklich? Ja, okay, er ist ziemlich schlecht, aber er hat eine Sensitive Seite. Oh, ja, er ist sehr Sensitive. Wenn er seine Gefühle fühlt, er ist devastated. So, was ist deine Geschichte? Ich habe keine Geschichte. Ich bin ein Indipendant-Thinker. Ich bin hier, weg von dem Mann. Von dem ich kann sagen, du bist wie ein High School-Athlet. Ich bin von alten Glorys. Du warst, dass du zu können, um die Heat zu machen. Und jetzt, du bist Angst, wenn du deine Loafers getrennt hast? Es ist so leicht. Wenn mehr Scheiße aus deinem Kopf kommt, dann wird er alles über meine Vergangenheit über meine Vergangenheit. Verstehst du? Absolut, Herr. Das kam falsch. Alles falsch. Fähig Trevor, der Monthly Train kommt. Was der Monthly Train? Der Monthly Train. Wo sind wir beide? Wir haben ein bisschen frisch. Wir sprechen von schönen Dingen. Ja, ich höre Stockholm Syndrome. Es ist sehr schön dieses Jahr. Hey, watch your mouth, boi. All right? Es ist immer ein Traum von uns. Der Traum des Traums. Was sagst du? Ich spreche über Gold. Enough, um Ron in Trailer zu halten und du in Therapie. Enough, damit wir den Mexikanischen, und du zurück in die Stadt, Baby! Ja! Das muss gut sein. Jesus! Ah! Man, we've talked about this hygiene thing before, Bro! I invite you into my home. This is how you repay me? It's like living with a fucking horny Skunk! Get a boat! And meet me under Ratten Canyon Bridge! I'll be on the earpiece! Steig auf das Motorrad! Ich hab keine Ahnung, worum es jetzt eigentlich geht, entgleist. Ich hab überlegt, die paar Minuten kann ich jetzt auch noch in der Folge drinnen bleiben. Es sind ja nur zwei oder drei. Genau. Das ist nur die Frage, ich weiß jetzt nicht, wie lange diese Mission jetzt wieder dauert, und dann müssen wir beim nächsten Mal wahrscheinlich die Mission bei der nächsten Aufnahme wieder von vorne anfangen. Das gleiche Problem hatten wir gerade schon beim Bankraum. Scheiße! Das gleiche Problem hatten wir gerade schon beim Bankraum. Scheiße! Das ist ein High-Value-Courier-Service run by Meriwether. Oh, Meriwether? Tranquilo, Mike! Das ist nicht ein Weapons-Train. Das ist gut, dass es zu viel wert ist, um für den Flugzeugen zu verraten. Gold. Manchmal Gold. Manchmal artwork. Priceless Antiquities. Manchmal genug für dich, mich, Ron, und alle. Fine. Wie ein Mirage in der Desert. Hier ist mein Train. Don't leave without me! Ach, wir müssen hoch! Ach du scheiß, vorne, 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 vorne. Mike, oh ja, noch eine andere Sache. Wir brauchen einige Bomben. Okay. Ich bekomme ihn, wenn ich zurück in den Trailer. Zurück in den Trailer? Wo bist du? Wir haben Arbeit zu machen. Ja, ja, ich weiß. Das ist warum ich geändert habe. Ah, w-w-w-w-w, geändert habe ich geändert? Was hast du geändert? Stopp' den train! Fein hinterher! Ich dachte, ich kann nach dem nächsten warten, aber das geht natürlich nicht. Welch? Ach, fuck it! Sie fahren jetzt erst mal normal hinterher, komm. Oh, da war ein Puma wieder oder sowas. Ja, 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 ja. Habe ich gerade noch weglaufen sehen. Nein! Mann, ey! Hör doch auf! Jetzt mach das von da, ist perfekt. Yeah! Nein! Knapp! Geht auch! Woah! Scheiße! Ich komm auch nicht mehr auf die andere Seite natürlich! Ich glaub, die Mission wird scheitern. Wir kommen jetzt nicht mehr, wir sind über den Zug gesprungen. Jetzt kommen wir natürlich nicht mehr drauf, siehste? Dann machen wir das in der nächsten Folge. Dann machen wir das in der nächsten Folge. Genau, genau, genau. Vielleicht ist die da mit dem Gronkh alleine, weiß ich nicht genau. Aber wir sehen uns dann auf jeden Fall spätestens wieder. Und ich werde mir die Folge natürlich zu Gemüte führen. Ja, super, wenn nicht, dann hau ich dich. Auf jeden Fall, wir sind ja gleich bei GTA Online, ne? Und wir uns hoffentlich auch, liebe Zuschauer. Bin ich natürlich auch am Start. Lieber Zuschauer, es wäre schön, wenn auch wir uns sehen würden bei GTA Online. Ja, es wäre wunderbar. Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü einfach sagen, hat Spaß gemacht und wir wünschen euch noch einen super Tag. Wir sehen uns wieder in der nächsten Episode. Vielleicht ohne mich, aber vielleicht... Doch, doch, schon mit dir. Ciao! Tschüss. Tschüss.